Und das Plus liegt bei dem Vorjahrssieger der Mannschaft von Chbogon-Chetschin, denn die Damen führen mit 8 zu 4. Bei Turnierhalbzeit nach 15 Minuten stand es 4 zu 2 für den Vorjahrssieger und der psychologische Rucksack des Favoriten scheint den Rostocker Damen wohl stark in den Kniekehlen zu hängen. Sie haben vieles vergessen, was sie im bisherigen Turnierverlauf hier schon geboten haben. Obwohl sie von den Auswahlberufungen her ein Plus an Erfahrung mit aufs Parkett bringen. Schade drum, aber noch sind 5,5 Minuten zu spielen. 8 zu 4, die Rostocker Mannschaft am Ball in dunkler Spielkleidung hat ihren Aktivposten in der Nummer 5 in Kerstin Schaumburg, die auch zwei Tore bisher beisteuerte. Im Kreis klare Entscheidung des Schiedsrichters Georg Zier aus Leipzig und Volker Mutzbauer aus Meißen. Zwei junge Männer der Schwarzen Garde zum zweiten Jahr praktisch im Oberliga-Haus. Aber sie haben hier ihre Sache während der beiden Turniertage in Rostock recht gut gemacht, wenn ich mir diese Bemerkung gleich einmal gestatten darf. 8 zu 4, Angriff der polnischen Mannschaft, die eine größere Dynamik und viel mehr Unternehmungsgeist in die Waagschale wirft, als es die Rostocker in diesem Spiel tun. 12 Mal hieß in der Geschichte dieses Turniers der Sieger bei den Frauen SCM vor. Vielleicht will man an die 13 nicht heran. Aber so wie ich die Schützlinge von Bode Wieland kenne, sind sie überhaupt nicht arbergläubisch. Immer wieder Angriffsdruck der polnischen Mannschaft. Und mit Erfolg, wie man sieht. Das ist 4 zu 9. Also den neunten Treffer für Pogacicin erzielt mit der Nummer 9 Emilia Alpsnin. Torhüterwechsel beim SCM Rostock für Bärbel Sückow mit der Nummer 16. Nun mit der Nummer 1 Petra Dreeks. Sie haben den Hallensprecher sicher gut verstanden. Die Petra Dreeks werden wir beim nächsten Angriff sicher ins Blickfeld bekommen. Jetzt gibt es erst einmal, da haben wir sie. Jetzt haben wir erst einmal den 7 Meter und Kerstin Schaumburg tritt an. Der fünfte Treffer der Rostock. Das war der fünfte Treffer für den SCM Rostock. Kerstin Schaumburg verhandelt diesen 7 Meter. Beide Mannschaften sind punktgleich. Beide Mannschaften haben die gleiche Tordifferenz. Bei einem Unentschieden würde sich auch die Waage zugunsten der Mannschaft von Schätschin neigen, denn sie hätte dann die größere, die höhere Plus-Torzahl. So ist das Reglement. Also nur ein Sieg bringt den Rostockern auch den Pokalgewinn. Drei Minuten noch. Mh, der saß. Ein herrlicher Wunsch. Sechs, sieben Mal hat sie bereits Maß genommen. Das war das 6 zu 9. Torschütze mit der Nummer 6. Rosita Potrek. Ja, und das Gesicht von Bodo Wieland, den sie eben neben Rosita Potrek im Bild hatten, war ja nun auch nicht gerade sehr optimistisch. Obwohl in zweieinhalb Minuten doch ein Randball noch allerhand passieren kann. In diesem Endspiel, und selten genug gibt es das bei einem Turnier, haben die Ostseestädterinnen ihr Leistungsvermögen leider nicht ausgeschöpft. Pogonschetschi macht einen guten Eindruck. Immer wieder ist man anspielbereit. Scheut nicht das 1 zu 1. Das Spiel, Dame gegen Dame. Und mit Erfolg. Die Deckung setzt kaum richtig nach. Die Sache, Herr Kasuzka, mit der Nummer 3, erzielt den 10. Treffer für Pogon. 10 zu 6. Damit scheinen sich die Fronten wohl leicht geklärt zu haben. Die erste Herausstellung gegen die Nummer 7, gegen Boschina Pirtzscher. Für das beste Spiel ist Tobias und die Mannschaften und die Mannschaften, das ist 10 vor Rostock. 10 zu 6. 1.30 Uhr zeigt die Hallenuhr in der Rostocker Sport- und Kongresshalle ein Schaumbotschor. Davon hätten wir gern noch mehr gesehen. Der erste geglückte Weitwurf im Spiel. Der ist 10 vor Rostock verkürzt auf 7 zu 10. Torschütze mit der Nummer 5, Kerstin Schaumboy. Auch wenn die polnische Nummer 5, Tobias, die einzige Nationalspielerin in den Reihen von Pogonschetschin, hier jetzt besonders bewacht wird, durch die Tlana Nering, hier haben wir diese Szene. Hier ist sie am Ball, hier ist sie am Ball, ja. Es wird wohl nichts mehr am Gesamtresultat ändern. Die letzte Minute läuft. 10 zu 7. Und damit steht wohl schon fest, dass die Mannschaft von Pogonschetschin das Turnier erneut gewinnt und ungeschlagen. Die Rostocker Damen werden Platz 2 belegen, die Mannschaft aus Kochschow Platz 3 und Gottwaldow auf Rang 4. Und nun kann man die letzten Sekunden in Ruhe ausspielen. Das Teilnehmerfeld der Damen bot während der 2 Tage recht ordentliche Handballkost mit ein paar Höhepunkten in jedem Spiel dabei. Aber Favorit zu sein, das scheint den Platzherrn hier offensichtlich nicht behaupten zu haben. Also Schetschin gewinnt dieses Turnier ungeschlagen. Das ist ein Platzherrn hier.